Ich spiele heute mal wieder mit der kleinen Peach, klein ist er, weil wir wahrscheinlich im letzten Level den Hut verloren haben, oder klein gemacht, ja den Hut, die Krone verloren haben, klein gemacht wurden. Heute geht es hier weiter mit Welt 4, 2, auf geht's. No Super Mario, äh ne, Super Mario Party Balls Spiegel. Okay, ne Peach. Nehmen wir gleich ein Pilz, da sehen wir auch schon, dass wir wieder größer werden. Okay, Vorsicht bei den Piranha Pflanzen. Die können wir durch drauf springen. Oder dran sterben. Gnauch. Aber ziemlich düsteres Level hier. Dunkeldüster hier, im Piranha Pflanzenwald. Oh, Feuer dummer. Auch nicht schlecht. Wir haben jetzt sehr gut gebrochen. Nein. Aus. Diese Blume. Verdammt. Hopps, hopps. Und. Auf den Deckel. So besiegt man eine brandene Pflanze. Ohne Feuer. Hier geht es gleich munter weiter. Okay, das ist schlecht. Jetzt bin ich klein. Und jetzt sind wir am Checkpoint. Und haben den ersten Stern noch nicht gefunden. Es war bestimmt dort in der Box. Es war bestimmt nicht möglich gewesen. Not. Hier. Okay, ja. Wahrscheinlich aber nicht der erste Stern. Schön verkackt. Nein. Nein. Puh. Doch, haben wir geschafft. Gerade so. So, nur der kleinen. So, aufpassen, was wir machen. Kriegst du mich nicht. Nein, 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 nein. Und hops, hier rüber. Das ist jetzt blöd. Das werden wir nicht gerne. Das werden wir nicht getrackt wollen, haben. Okay, jetzt ein zweiter Stern. Und der zweite Stern. Okay, jetzt nicht sterben. Okay, runter hier. Vielleicht gibt es hier irgendwo ein Item. Das finde ich sehr hilfreich. Ach, du Schande. Hier geht es inzwischen Stopp, wo wir stehen können. Ach, du Schande. Das ist jetzt hier. Ein paar Münzen sammeln. Nur Münzen, kein Item. Das finde ich ja prickelnd. So, hier stehen bleiben. Schön, hier stehen bleiben. Ach, du Schreck. Schnell durch hier. Schnell durch hier. Pflanzt. Oh, okay. Sehr schlimm. Wir haben zwei Sterne. Wir haben zwei Sterne. Pository Check Coins. Was sind noch kommen? Jetzt mal durch hier. Durch, 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 durch. Verdammt. Das ist doch blöd. Jetzt muss ich aufpassen. Vorsicht, 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 Vorsichtig. Und beim Münzen sammeln. Und beim Münzen haben wir dann ein neues Leben. So, warte, warte, warte. Und lasst zurückgehen. So, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Puh. Das war knapp. Äh, da gibt es noch was. Womöglich den letzten Stern. Oh, der Wandsprung. Das muss man Peach mal hinbekommen. Ich sehe ja schon, dass es da den Stern gibt. Okay, wir können hier so ein bisschen schräg springen. Na komm, den will ich doch jetzt noch. Ja. Also wird es gehen, um was es richtig hinkriegen würden. Und das der Luft dann, das Luft können wir nicht weiter wohnen, weder hier. Oh, sehr schön. Ein Stempel. Und hier geht es zurück. Bitte was. Was. Oh, die Zeit wird knapp. Ähm. Das ist natürlich blöd. Und dann gehe ich, gehe mal, um den Stern zu haben. Und wird es so verkacken, dass ich nicht rechtzeitig durchkomme. Nein. Nein. Geh, 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 geh. Ach, jetzt haben wir schon wieder verkackt. So ein Mist. Ich glaube, wir haben uns den Stern abgehört. Nicht so risky sein. Auch wenn die Zeit knapp ist. Wir versuchen es trotzdem. Wenn die Piranha-Pflanzen stoppen hier ziemlich arg. Wenn direkt reingehen sollen, dann hätten wir eine Stempe nicht gekriegt. Aber gut. Arg. Nicht meiner Zeit. Och, du Scheiße. Und das nicht meiner Zeit. Schande. Jetzt müssen wir von vorne machen, weil wir immer wogegangen sind. Ich sage es euch. Natürlich. Here we go again. Warte. Nein, Scheiße. Ich muss da mal die Karte ändern. Können wir irgendwie... Ich muss den Karte wechseln. Tut mir nicht, Peach, aber für dieses Level... Mario. Gerade für die letzte Sache. Für die letzte Sache mit dem Stempel. Da ist Mario halt besser. Geendet für. Als ob. Nimm die Blume weg. Und da kommen wir jetzt nochmal schnell durch Lauf. Nicht zu lange aufhalten. Da kommen wir nicht durch. Und da brauchen wir eine Kopftierpiranienpflanze, um da reinzukommen. Verdammt. Ich probiere die Wand hier und es geht aus. Scheiße. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. Jetzt hier nicht. Oh. Nicht schlecht. Das war echt nicht schlecht. Jetzt überlebe. Okay. Checkpoint. Schade, dass wir den zweiten Stern nicht abspeichert. Und es ist normal so. Mario. Das muss so. So. Hier rein. Ach da führt der Stempelweg hin. Das ist ja Betrug. Ach verdammt. Schwimm doch nicht so langsam. Lauft ja eher. Neues Leben. Batterienleistung ist nach. Okay. Drift die Held noch bis zum Ende des Parts aus. Und jetzt hier stehen. Nice. Ein paar Minuten will ich noch. Verdammt. Immer in dieser eigenen Blumen. Das ist doch immer. Verdammt. Ah. Der zweite Stern ist gespeichert. Sehr schön. Nein. Nein. Was machst du? Was machst du Mario? Was machst du Zwergi? Moment haben wir genug Zeit zum Ziel zu kommen. Nein. Zurück. 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 Das war zu knapp. Ich muss mal schwimmen. Schwimmen lernen. Hopp hopp hopp. So könnte man es eventuell auch durchschaffen. Aber richtig schnell schwimmen. Richtig schnell müssen wir es auch nicht. Eigentlich geht das locker. Und man es nicht verkackt. Okay. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Da können wir auch drauf springen. Das wäre zumutig. So. Holt die hier. Na ja. Mit Mario genauso schwer wie mit Peach. Hätte man auch behalten können. So. Holt die hier. Na komm. Ja. Wir haben genug Zeit. Müssen es anspringen. Üben. Für die Münzen. Und dann wieder zurück. Okay. Gibt es noch einen Abschnitt. Das hätte man nicht geschafft. Weil wir mal kurz Zeit hatten. Ja. Ach du Scheiße. Eine Somsa. Ja. Das heißen die hier. Womit mich alles täuscht. Bino. Verdammt. Ach Kacke. Ne eigentlich. Ach komm. Drauf geschissen. Ja. Das Hilfseitem ist ja eigentlich. Na ja. Wieder schnell durch. Hier spare ich mir das hier da. Und deswegen würde ich das machen. Spare ich mir das Ding hier. Einfach mal deswegen. Sehr schön. Stempel haben wir. Weiter hier. Ich könnte es jetzt gerne wieder abgeben. Darf natürlich auch nicht. Ja. Darf natürlich nicht. vor mir ins Wasser fallen. Okay. Immerhin versuche ich das mal. Oh. Der Stern. Das war der Stern. Okay. nicht glatt. Zurück gelassen. Und ab ins Ziel. Bei mir war das Elend. Nein. H Singenininin. Ok, weiter geht es mit einem Stein, der ist mit dem Tod raus, äh ich bin bescheiden, ich nehme das Kleine, Ok, Glocke und Tanuki. Richtig eingesammelt. Komm mal an dir vorbei, ne wir müssen dich besiegen. Aus dem Weg, Karumpelwander, ok. Ah ok, sieht man die an und schmeißt die dann. Das erinnert mich ein bisschen an Mario Kart. Erst nicht Mario Kart DS gab es die dann schon. Kann es sein, dass man die da hinterher kennt und dich auch noch. Den Stern. Das war nicht schwer. Karumpelwander, ok. Das ist so geil. Wieder was gelernt. So auf und das nächste Level. Das könnte man vielleicht noch schaffen. Ok, Level 4.3, Level 4.4, Level 4.3 machen wir als erstes. Hier rein. Oh nein, diese Dinger wieder. Tanz in der Wölkendisco. Na toll. Ich werde wieder sowas von K verkacken. Kappers tut kein Rhythmusgefühl. Krasse Rhythmuslevel. Ok, Doppel Mario, ach Scheiße. Ah, da kann ich einen verlieren. Ach so. Ja, kann ich nicht. Hinde an der Mario bitte. Ok, jetzt nehmen wir das hin. So. Ist auch ein Hammerbruder, verdammt. Bummernbruder. Puh. Hier weiter. Oh nein, da gab es einen Stern. Verdammt. Das gut kann ich nicht. So ein Mist. Nein. Da hat mir mein Nieses. Oh, meine Eltern weggenommen. Warten. Warten, 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 hopps. Warten, 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 hopps. Ich warte eine Runde, ob man es schaffen könnte. Check the point. Ok, viel brauche ich dafür, um den Sternbetrieb zu bekommen. Das ist natürlich blöd. Gut, dass wir eine Katze haben. Ohne auf eine. Ohne auf eine. Ohne auf eine. So kann man sowas übergehen. Gehen. Nun verpassen alle Sterne. sehr gut im dritten werden wir ihn bestimmt auch noch mal brauchen hier gibt es Zeit hier geht es rein hier geht es um einen Stern und um Münzen sehr schön haben wir jetzt den Stern verpasst oder was das ist ja mies wenn wir uns gegen den Stern entschieden haben wir nur eine drücken dürfen das ist ja blöd wir können auch mal rein verwirren wir den drei Katzen Marios achso wir müssen alle Münzen einsammeln um es zu schaffen der Hammer vergabt das ist mies und den einzigen Stern uff verdammt und was sagte ich zum Rhythmusgefühlen ich habe noch eine Achtung ob es da was gibt ok aber jetzt haben wir die Chance wir können ja nicht sterben zwei Marios zwei Marios Zeit für uns versuchen wir es nochmal systematisch wir haben zwei Marios das wird ja wohl sehr schön es wird ja machbar sein wenigst eine Sternenmünze ein Stern das kann uha 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 dann uha uha up i u u jeżeli Zeit Konzentration Nein Puh, wäre hier zu zweit, das ist jetzt Für die Katz Nein, Nils, hier nicht Hier nicht erledigen lassen Und als Ziel Puh, naja Mit einem Stern War es sonst Hauptsache, wir haben es geschafft Jut 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 Dann Lass ein Abo da, wenn ihr neu seid Wir sehen uns im nächsten Part wieder Super Mario 3D World Mit dem Zwergfürst Bis dahin Tschau